Das Saarland ist für mich einfach Heimat. Ich bin hier aufgewachsen, habe meine ersten Schritte im Fußball hier gemacht. Es ist einfach schön, zurück ins Saarland zu kommen und genau dort ein neues Projekt zu starten. Ich nehme die Herausforderung an und freue mich, dieses Projekt bei der SV Erbersberg von Anfang an mitzugestalten und dazu meine Familie, meine Freunde wieder um mich zu haben. Einfach auch Spaß daran zu haben. Mit der SV Erbersberg verbinde ich eine regionale Nähe. Ich denke, der Verein ist sehr familiär aufgebaut. Es gibt dadurch ein sehr angenehmes Zusammengehörigkeitsgefühl und das wollen wir auch auf unsere Frauenmannschaft übertragen und ja, einfach im Saarland einen neuen Standort für den Frauenfußball aufbauen. Ich denke, das ist in der Vereinsstruktur absolut möglich und wird uns viel Spaß bereiten. Klar, das Ziel ist, dass wir schnellstmöglich Schritt für Schritt von Liga zu Liga und zur arbeiten. Dafür muss natürlich gegeben sein, dass wir eine Mannschaft bilden, die funktioniert und die auch wirklich, ja, ich sag mal Bock darauf hat. Und ich glaube, da sind die Grundsteine gelegt und jetzt können wir nach vorne schauen.